Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 59 der Germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um Idun, die Göttin der Jugend. Von Idun heißt es bei Snorri, dass sie die Frau von Pragi, dem Gott der Dichtkunst ist, und dass sie in ihrer Truhe die goldenen Äpfel verwahrt, die die Götter essen, wann immer sie alt werden, und durch deren Macht sie ewig jung bleiben, bis zu Ragnarök. Dadurch ist Idun besonders wichtig für die Götter und es ist sehr wichtig, dass sie ihr vertrauen. Diese Beschreibung fasst bereits Iduns zentrale und eigentlich auch einzige Rolle zusammen. Sie ist die Göttin der Jugend und verwahrt die magischen goldenen Äpfel der Idun auf, die die Götter für immer jung halten und ihr Altern verhindern. So bedeutet auch der Name Idun schon so viel wie die Verjüngende. Obwohl Idun damit aber eine sehr wichtige Funktion für die Götter hatte und geradezu entscheidend für deren Überleben war, wird Idun nur sehr selten in den Sagen erwähnt und spielt eigentlich keine besonders große Rolle in der Mythologie. Wie wichtig Idun aber dennoch für die Götter war, zeigt sich im Mythos von Iduns Entführung. Zu Beginn dieser Sage ziehen Odin, Loki und Hönir von Asgard aus und die drei Götter begeben sich auf eine Wanderschaft über Gebirge, Täler und Einöden. Schließlich bekommen sie dabei aber Hunger und brauchen etwas zu essen. Und da sehen sie in einem Tal eine Herde von großen Ochsen und sie nehmen sich einen davon und wollen ihn braten. Doch egal wie lange sie den Ochsen auch kochen, das Fleisch will und will einfach nicht gar werden. Schließlich ruft ihnen dann ein gewaltiger Adler, der auf einem Baum über in den Sitz zu, dass er es ist, der dafür sorgt, dass das Fleisch nicht gar werden will und sie ihm etwas davon abgeben sollen, wenn sie denn den Ochsen tatsächlich braten wollen. Die drei hungrigen Götter stimmten dem Ganzen zu und der Adler kam herab und nahm sich als erster vom Fleisch des nun gebratenen Ochsen und dabei nahm er sich sogar einen sehr großen Teil und wollte damit davonfliegen. Loki aber gefiel es ganz und gar nicht, dass dieser Adler den größten Teil des Ochsen haben sollte und so nahm er eine Stange und schlug damit nach dem Adler. Loki traf ihn auch, aber die Stange blieb im Adler stecken und der flog dennoch davon und Loki hielt sich an der Stange fest und wurde mitgezogen. Der Vogel begann den Gott davon zu ziehen und Lokis Füße rissen Geröll, Steine und Bäume aus in den Versuch am Boden zu bleiben, aber der Adler trug ihn davon. Als er so in die Luft gezogen wurde, bekam Loki große Angst und er bat den Adler darum, ihn bitte wieder zu Boden zu lassen. Dieser antwortete darauf, dass er Loki nur dann freilassen würde, wenn er Idun mitsamt ihren magischen Äpfeln aus Asgard hervorlocken würde. Denn tatsächlich war der Adler, mit dem Loki hier aneinander geraten war, eigentlich der durchaus mächtige Riese Fiasi. Und Loki versprach ihm sogleich, Idun auszuliefern und für diesen Spur ließ ihn der Riese in Adlergestalt wieder sicher zu Boden. Loki kehrte dann zu den anderen zurück und erzählte ihnen nichts von dem, was er mit dem Adler abgesprochen hatte und sie setzten ihre Reise fort. Als Loki dann wieder zurück in Asgard war, ging er, so wie er es versprochen hatte, sogleich zu Idun und meinte, dass er bei seiner Reise Äpfel gesehen hätte, die ihm sehr, sehr wertvoll und besonders magisch erschienen wären. Daher bat er sie darum, dass Idun mit ihm kommen und ihre magischen Äpfel bringen würde, damit sie sie mit den Äpfeln vergleichen könnten, die er gefunden hatte. Unter diesem Vorwand schaffte es Loki Idun mitsamt ihren goldenen Äpfeln vor die Mauern von Asgard zu locken und dann kam Thiasi erneut in Adlergestalt und packte Idun samt ihrer Äpfel und trug sie nach Trümheim davon, wo sein großer Hof war. Als die Asen wenig später Iduns Verschwinden bemerkten, wurde ihnen klar, in welch großer Gefahr sie nun waren. Ohne die Verjüngende und ihre goldenen Äpfel begannen sie zu altern und die Götter begannen alt und grau zu werden. Rasch riefen sie zum Ting auf und dort fragte jeder den anderen, wo er Idun zuletzt gesehen hatte und was sie tat. So kam bald heraus, dass Idun zuletzt gesehen wurde, als sie mit Loki Asgard verlassen hatte. Die Asen erkannten dadurch leicht, dass Loki an Iduns Verschwinden zumindest beteiligt gewesen sein musste und so ergriffen sie ihn und drohten ihm mit Folter und Tod, wenn Idun nicht aus Jötenheim wiedergeholt werden würde. So war Loki also erneut in tödlicher Gefahr und nun musste er versprechen, dass er Idun wiederbringen würde. Dazu nahm er sich als erstes das Federkleid von Freya, mit dem man sich in einen Vogel verwandeln kann und flog in Gestalt eines Vogels nach Trümheim. Er wartete dort, bis Theassi zum Meer hinausgefahren war, bevor er sich in seinen Hof einschlich. Um Idun nun schnellstmöglich zu retten, verwandelte Loki die Göttin in eine Nuss und nahm sie in seine Klauen und flog damit so schnell er konnte davon. Theassi bemerkte bei seiner Rückkehr kurz danach, dass sie weg war und wieder wurde er zu einem gewaltigen Adler und flog Loki hinterher. Als die Asen sahen, wie Loki mit Idun als Nuss in seinen Klauen herangeflogen kam, aber von Theassi verfolgt wurde, bereiteten sie kurz vor Asgard ein großes Feuer vor. Als Loki über die Mauern von Asgard hinweg war, ließ er sich rasch zu Boden fallen, während die Asen das Feuer entzündeten und die Flammen brannten die Federn des Adlers und so musste Theassi landen. Kaum dass er dann am Boden war, ergriffen die Asen ihn und erschlugen ihn. So war Idun wieder sicher zurück in Asgard und die Götter hatten die mächtige Göttin der Jugend zurück und durch ihre goldenen Äpfel wurden sie bald wieder jung. Eine direkte Folge dieser Sage war aber auch, dass Theassis Tochter Skadi sich nun rüstete und nach Asgard kam und wieder gutmachend für den Tod ihres Vaters forderte. Dadurch kam es auch am Ende dazu, dass die Riese in Skadi zu den Asen kam und in die Reihen der Götter aufgenommen wurde und fortan die Göttin der Jagd und des Schneeschuhlaufens war. Darüber hinaus zeigt dieser Mythos aber auch deutlich, wie wichtig Idun für die Götter war. Ohne ihre junghaltende Macht würden sie altern und bald sterben und nur dank ihr und ihrer Äpfel können sie für immer jung bleiben. Damit war es auch eine von Lokis schlimmsten Taten, dem Riesen Theassi bei der Entführung von Idun zu helfen. Es war weit mehr als nur ein einfacher Streich, sondern eine sehr ernste Tat, die gut auch den Untergang von Asgard und der Asen hätte verursachen können. Über diesen Mythos hinaus wird Idun aber kaum noch erwähnt. Eigentlich kommt sie nur noch wirklich in der Lokasenna einmal vor. Darin hält sie ihren Mann Bragi zurück, als er mit Loki streitet, nur um dann selbst von Loki beleidigt zu werden. Obwohl uns aber nun die Entführung von Idun in dieser Form nur von Snorri und damit weit nach der heidnischen Zeit beschrieben wurde, basiert diese Erzählung direkt auf dem deutlich älteren Skalden-Gedicht Haustlöng. Dieses Gedicht des Skalden Theodolf entstand etwa um das Jahr 900 herum. Bereits darin wird, wenn auch deutlich kürzer, das Abenteuer von Loki, Theassi und die Entführung von Idun beschrieben. Zudem wird vermutet, dass Snorri vielleicht noch weitere alte Quellen für diesen Mythos gehabt haben könnte. Damit sehen wir auch, dass dieser Mythos und damit auch die Göttin Idun auf jeden Fall noch aus der heidnischen Zeit der Nordgemanen stammen und nicht erst später hinzugefügt wurden. Zugleich aber scheint dieser Mythos von der Entführung von Idun nicht sehr weit verbreitet und besonders bekannt gewesen zu sein. Und außerhalb dieser einen Sage haben wir nur sehr wenige Referenzen zu Idun in den Mythen und Sagen anderer Quellen. Daher ist auch unklar, ob Idun in der heidnischen Zeit überhaupt als Göttin groß verehrt wurde. Klar ist nur, dass sie in der heidnischen Zeit zumindest zu einem gewissen Grad bekannt war. Damit wäre es möglich, dass sie auch verehrt wurde, aber wir haben keine konkreten Beweise für einen Kult oder die Anbetung von Idun. Aufgrund der goldenen Äpfel und ihrer Kraft, die Götter jung zu halten, wird aber vermutet, dass falls Idun verehrt wurde, sie zu den Fruchtbarkeitsgöttern gezählt werden würde. Interessant ist dabei aber vor allem auch, dass das Symbol der goldenen Äpfel, das zu Idun gehört, eine durchaus noch ältere Historie bei den Germanen hat, als Idun selbst. So wird vermutet, dass die Germanen die Symbolik der goldenen Äpfel als Zeichen für Leben und Fruchtbarkeit schon in der Antike von den Römern übernahmen. So wurden Äpfel schon in der Antike bei den Matronenkulten und zum Beispiel auch bei Göttinnen wie Nehalenja als Zeichen für Fruchtbarkeit in der Darstellung verwendet. So ist Idun auch nicht die erste germanische Göttin, die goldenen Äpfel als Symbol für Fruchtbarkeit und Leben bei sich trägt. Und da die Germanen die goldenen Äpfel als Symbolik vermutlich von den Römern übernahmen, ist es auch durchaus denkbar, dass die goldenen Äpfel der Idun bei den Germanen durch die goldenen Äpfel der Esperiden aus der Mythologie der Griechen und Römer inspiriert wurden. Möglicherweise ebenfalls mit dem Mythos von Idun und ihren goldenen Äpfeln verwandt und ebenfalls basierend auf den Äpfeln der Esperiden, könnte auch ein Mythos aus der keltischen Mythologie sein. Dieser ist als der Mythos vom Raub der heilenden Äpfel aus dem Garten der Espernia bekannt. So zeigt sich auch, dass die Äpfel als Symbole von Lebenskraft und Fruchtbarkeit wohl schon sehr alte Symbole sind, die auch bei anderen indoeuropäischen Kulturen bekannt waren. Und bei den Germanen trugen bereits mehrere Figuren in der Antike diese Symbolik, während die Göttin Idun wohl erst bei den Nordgermanen dann zur Hüterin dieser lebensspendenden goldenen Äpfel wurde, die die Götter jung halten. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.